Hallo ihr Lieben, am Montag kommt die Hippie Tina zu mir und macht mir ein bisschen was an meinen Dreads und ich dachte mir, vielleicht habt ihr irgendwelche Fragen oder so, die sie euch dann nämlich am Montag beantworten könnte. Also wir wollten halt eh irgendwie eventuell ein Video zusammen machen und ich dachte, das wäre die Gelegenheit. Ich weiß, es gibt schon mega viele Videos auf YouTube, aber vielleicht habt ihr denn noch irgendwelche Fragen oder so, die noch nicht beantwortet wurden oder auch immer, vielleicht wollt ihr auch Fragen stellen, die schon tausendmal gefragt worden sind. Ganz egal, ja das wäre halt jetzt die Gelegenheit und ja, einfach unten in die Kommentare posten oder mir schreiben über meine Seite bei Facebook, Vivi Kunterbund und ja, ansonsten wünsche ich euch einen schönen Resttag und ja, bis dann, tschüss!